Willkommen beim Podcast von Roxa TV mit Florian Petzold. Ja, Tag. Jetzt sitze ich hier vor meinem Mac mit diesem schönen Mikrofon und diesem Mikrofonständer, Klammer auf, er hat Ständer gesagt, Klammer zu, und versuche euch irgendwie was mitzuteilen. Es spiegelt sich genau wieder, wie Roxa die geschriebene Fraktion da. Ich weiß noch gar nicht, wohin dieser Podcast gehen kann und wird. Bei Roxa TV das Geschriebene ist ja klar definiert worden, schon im letzten Jahr, im Dezember oder November meine ich sogar, mit dem neuen Design zusammen. Also es geht mehr in die Richtung Storytelling. Ja, Storytelling irgendwie. Ich spreche es nur kurz an. Mit Corona und so Storytelling ist es gerade mal so ein bisschen schwer. Und vor allen Dingen, wenn man kein Enduro-Mountainbike unterm Arsch hat, als Mountainbike-Blogger. Also ich habe mir eher so, das haben ja auch viele bei Instagram schon gesehen, ein Decathlon, ja, ein Decathlon-Rennrad, welches das Triebahn 500 ist, baue ich gerade, also habe ich zum Teil schon umgebaut, zum Gravelrad. Also es ist ein Paneracer drauf, der Lenker ist jetzt auch da mit dieser 12 Grad Spreizung da unten und neues Lenkerband. Und bei Zeiten Fotos, geschweige denn, ein Video kommt. Und fahre jetzt halt erstmal für eine Zeit zur Überbrückung und vielleicht auch danach, weil es macht eigentlich schon doch Spaß mit diesem Gravel-Bike, also ganz Gänsefüßchen oben Gravel-Bike. Aber es macht mir damit schon tierisch viel Spaß, weil man kann damit auch so ein bisschen Feldwege durch den Matsch irgendwie oder was wir ja wollen und was uns ja auch Spaß macht irgendwie halt. Und es ist ja auch so, irgendwie konditionell irgendwie halt über diese Tage hinweg jetzt hier ist es gar nicht mal so verkehrt, auf das Fahrrad zu gehen und fertig. Ja und konditionell, ja ich bin immer noch dick, ich nenne es ja gerne, ich bin Asipositas, aber da wird es in den nächsten Monaten, ja nennen es mal Monate oder ein Jahr eine Änderung geben. Was das sein wird, werdet ihr optisch wahrscheinlich dann vernehmen können, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr interessant. Aber auch nochmal zurück zum Gravel-Bike irgendwie, warum ich momentan auch wiederum nicht so fahren kann. Ja der Fitnessstatus irgendwie halt, der ist nicht so gerade gerade bei mir, dass ich wirklich aus dem Bike gehen kann. Rückenpindel bis zum Abwinken und viel Bürotätigkeiten, Bürotätigkeiten hier halt. Und ja, es ist aber alles unzufrieden, irgendwie halt, wenn man keine Storys produzieren kann, obwohl man schon so viel geplant hat. Aber nicht Kopf in den Sand stecken, irgendwie weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ja, Thema Mountainbike irgendwie, ja viele haben schon immer gefragt, irgendwie welche Richtung geht es denn? Also Mountainbike ist klar, Enduro-Mountainbike, von welcher Marke und hier und da alles. Ich sage es mal so, lasst euch überraschen, irgendwie vielleicht im Juni gibt es dann halt die ersten Shots irgendwie halt. Und dann werde ich auch damit rumfahren können und ja. Und was gibt es noch eigentlich so? Achso, ja, Cyclebird Düsseldorf. Da war ja eigentlich mal geplant, dass ich mit Stefan Mahli zusammen im Dezember halt auf Instagram live gehen wollte. Stefan hatte leider auch ein paar persönliche Einschränkungen, sage ich es mal lieber so, dass das Ganze leider ein bisschen verlaufen ist. Wir beide hatten gestern miteinander mal ein bisschen telefoniert und er ist immer noch gewählt. Und ich glaube, diese Plattform hier, die ich gerade aufbauen möchte, ist, glaube ich, der richtige Place to be. Boah, Alter, ich benutze Buzzwords. Auf jeden Fall könnte es wohl möglich sein, irgendwie halt, dass man mit Stefan Mahli über die Cycleworld 2021 und der Business Cycleworld, also ich nenne es jetzt mal so, Business Cycleworld, irgendwie glaube ich, der Stefan könnte das besser und strukturierter erklären, als hier der kleine Podcaster und fertig. Sonst noch irgendetwas irgendwie? Natürlich, ich hoffe, dass einige Veranstaltungen dieses Jahr wieder stattfinden, bezugnehmend auch Storytelling für mich. Geschweige denn irgendwie, dass ich hier auch ein paar Leute zusammenkriege, die mit mir einfach mal einfach schnacken wollen. Einfach dummes Zeug von sich geben irgendwie halt. Der darf auch gerne, um auf das Thema wieder zurückzukommen, gerne sich auch dabei ein Bierchen trinken. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Und dann quatschen wir einfach hier über Thematiken, die uns gerade beide so durch den Kopf gehen. Also ich mache das ja auch in meinem privaten Leben so gerne irgendwie. Ich habe da immer ein paar Kollegen zusammen oder ihr kennt es auch irgendwie, ihr steht da und auf einmal fallen euch so Gedanken, gehen euch durch den Kopf und ihr macht ein Thema auf und dann kann es lustig werden. Es kann aber auch ernst werden, es kann nachdenklich werden, es kann sarkastisch, ironisch werden. Und ja, da suche ich eigentlich jetzt mal so ein paar Partner irgendwie, die Bock haben, wie gesagt, jetzt hier mit mir zu schnacken. Und wer sich da genötigt fühlt, dazu zu stoßen, einfach eine E-Mail an florian.roxter.tv schicken. Technisches Equipment braucht hier eigentlich gar nicht großartig viel. Einen funktionierenden Rechner, einen aktuellen Browser, also hier so ein Chrome-Browser oder wie auch immer. Und was natürlich hervorragend wäre Headset und Mikro, aber es geht auch die einfachen Dinge vom Mobilfunktelefone mit Klinkestecker oder was auch immer irgendwie vorhanden ist. Ist alles recht einfach, strukturiert, kleiner Anruf, der Anruf dauert zehn Minuten irgendwie mit dem zusammen eingerichtet und dann läuft diese ganze Schose. Und ich plane das ja jetzt hier schon seit einem halben Jahr, weil ich noch einen anderen Podcast mit einem anderen Kollegen aufziehen möchte, der ganz wirr und komisch werden wird. Aber wir wollen es einfach machen, irgendwie, weil wir beide so draus sind, wenn wir uns immer treffen und so ein dummes Zeug dann von uns geben. Ja, jetzt habe ich hier schon so ein paar Minütchen mit euch zusammengesprochen. Wenn ihr meint, diesem Podcast zu folgen, dann abonniert mich mal. Und ich hoffe auf Resonanz, auf Kommentare, was ich hier so fabrizieren kann, sollte, müsste. oder Frage-Antwort-Runde, was ihr wissen wollt von mir. Oder wie funktioniert überhaupt das Bloggen oder wie richte ich überhaupt so einen Podcast ein oder whatever. Also man sollte schon ein bisschen technisch erfien sein, irgendwie sage ich dabei. Weil mal eben kurz so aus dem linken Handgelenk rausgeschüttelt, irgendwie ist es mal eben nicht getan. Man muss sich schon da so ein bisschen reinfuchsen und fertig. So, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören und quatschen mal irgendwann miteinander. In dem Sinne, einen schönen Tag, wir hören uns voneinander. Das war Rockstar TV mit Florian Petzold.